so war eine aufnahme läuft das heißt wir könnten eigentlich durch ich habe die alte aufnahme jetzt gespeichert das heißt wir können also dann herzlich willkommen jetzt hier auch jetzt ganz offiziell zum nächsten runde von crazy 5 youtube heute auch mal wieder komplett da haben den kevin der seinem namen alle ehre macht ich habe gar nichts gemacht heute total lieb da haben wir den best player ever auf ps4 den enrico der mann für disco und da drüben haben wir ja die beste frau der gruppe noch mal so sagen kann man also sagen das war für die wollen was aber ich habe ich ja ich habe ich nur gerecht für die beurte das darf nur ich das ist die wand das darf ich so gut und jetzt legen mal los wir wollten noch ein paar missionen machen von der tuner links die hat noch nicht ganz fertig und wenn dann die zeit noch ist wollten wir noch ein bisschen playlist machen nicht so war zumindest die planung dann gebe ich jetzt ab an den anderen youtuber da den den ich gerade im kopf geschossen hat es gibt wieder ein bisschen chaos pur wie immer dass wenn wir das bei uns sind und damit grüße ich auch hatte ich alle meine zuschauer und natürlich auch die anderen ja wie eine letzte folge gesehen hat habe ich tatsächlich jetzt geschafft ich habe das preisauto gewonnen ich wollte das anmerken du hast du ein glück magst du das so ein glück ich wollte gerade abgedrückt genau auf deinen kopf da kommt baby um die ecke weit war gerade bitte kurz ja und da würde ich sagen stoppen heute mit dem playlist und guck mal was das ganze so ja wie erfolgreich das ganze ist genau so ist es auf geht's das heißt die heiße ware mit einer zeit von zehn minuten gewonnen du hast die heiße ware dabei du hast die heiße ware verteidigt also gut und ich sitze da heißen ware was du sitzt mit der heißen ware ja oder die heiße machen uns auf die ja ja die wollen guckst du ob du jetzt die mission hier in der einladungslobby starten kannst glaube nicht nein kann man nicht okay das einzigste zu machen kannst ist deine wagen glaube ich verkauft wollen wir versuchen auch auf eine dingslobby zu gehen oder du willst jetzt den koffer den du jetzt behalten hast willst du jetzt quasi loszuwerden wir wollten doch wir wollten doch hier los santos tuners mission weitermachen also die körper war okay naja alles gut dann müssen wir tatsächlich versuchen so was wir die kohle einsetzen ich habe ganz 3 millionen der ist auf der hand noch ich habe nicht mal was gemacht der ist durchgeschossen tschuldigung zwei millionen für den wagen und schrottet ihn einfach indem sie auf die fresse fährt ja das hat die man mir auch schon geschafft weiß ich habe das auto gerade neu gestehen wir treffen uns entspannt und sowas was passiert wie kommt an ich habe die erste beule drin die erste beule eine ganze mutter auf ist verbeult ja meine ganze seite ist zerschrottet bei dem ich an die wand gedrückt habe ich sollte gerade ein bisschen ich hoffe du bist gut versichert ich hab mich schlecht drauf aber das kriegen wir schon wieder hin warum man die waffen weg das ist ja unnötigerweise eskaliert das war die rache von letzten dass man auto zerstört hast so ich habe da gar nicht zerstört ich bin total markus soll ich habe es auf video band das stimmt nicht ich hätte ja auch auf video bald und ich habe es nicht das ist jetzt blöd nein alles gut passiert ich zahle die karriere ich versicherung anrufen nachher das üblichste chaos wieder haben wir kriegen da nichts gebacken heute schön 10.600 hast du bezahlt für die versicherung ich sag ja es ist wir können die kauf mal einen tag irgendwie mal ruhig miteinander spielen es eskaliert immer und wir knallen uns gegenseitig weg wie es ist das motto also wenn man dann jetzt auf eine öffentliche lobby wechseln um die mission zu machen oder bei noch playlist machen wir machen wir machen die jonas mission mal zu ende kommt ja dann müssen wir auch müssen wir zusammen eine lobby finden wo wir alles zusammen drauf ja dann so machen wir das kann natürlich jetzt wieder ein bisschen passiert dauern wie gesagt die müssen wir ja auch immer mal zu ende machen die mission aber ich würde diesmal gerne das war wirklich alles zusammen machen nicht dass irgendwie zwei direkt vorfahren und zwei leute hinten bleiben und so so wie das bei den letzten mal ein bisschen gewesen ist so wie hast du deine scheinwerfer rot gekriegt sag mal ach in der werkstatt ok hast du eine lobby ich bin dran 27 am besten wäre eine wo du erst mal null hast das war jetzt der plan mit der vollen lobby brauchst du gar nicht anzufangen weil die hier schon hat muss ich das jetzt kommentieren im riko was dein senkrecht starter gerade oder das ist immer noch nicht besser geworden was du noch nicht besser geworden bei dir scheiße mein energy umgekippt lästern verklebt ja weil die playstation auf meinem auf dem boden neben mir steht ist klar natürlich nicht mal geht an der decke ich bin gleich wieder da muss er so 18 vergisst es 18 ist doch gut müssen noch nur rein und dann in die werkstatt und fertig ja ich guck gleich noch mal ob wir noch eine finden 0 wäre natürlich am besten oder 1 oder sowas 0 wäre natürlich auch wenn wir noch mal nicht mehr ja ich gucke euch mal nicht mehr 1 2 2 1 2 5 und ok 29 bitte haben sie geduld sie werden ich habe schon fast zwei stunden drei in die treffe schon warum wir haben wir nicht wirklich geschafft heute was ist das denn ich bin gerade in so einer gruppe die schicken gerade irgendwelche mystischen dinger hin habt ihr das raum schon gesehen ich habe das irgendwo auf einem bild gesehen ja es geht dann übel spiral wenn ich versuchen alles um das ding runter zu hin und die schießen mit orbitalkanon jetzt bin ich wieder da und haben wir eine lobby wir hatten eine markus war der meinung kevin war der meinung dass 18 nicht zu wenig ok hier gehe ich wieder raus hier sind sie schon wieder mit irgendwelchen mystischen special waffen haben rumschießen bei 38 leute war zu viel die sind auch da waren sie wieder mit krieg dran 18 leute ist das zu viel ist keine lobby und die zeit weniger ach was 18 ist schon wenig für gta lobby verhältnisse um die zeit zumindest nacht und drei ersten lobby sind nur 34 leute drin man könnte das antwort suchen und was hatte ist die jvon bist du da Ich weiß nicht, die ist heute gefühlt ziemlich still, ja. Vor allem, sie springt einfach in den Tod. Aua. Vor allem, sie ist einfach gerade mit dem Kopf voll auf die Tür aufgeschlagen vom Auto. Wo kann man denn überhaupt hier rein in der Lobby? Panzerwagen. Hier sind eigentlich relativ wenig drin in der Lobby, wo ich bin. 3, 6, 9, 12, 16, 17 sind drin. Dann kommen ja da beide rein jetzt. Ja, komm rein. Die sind eh noch scheiße anbauen. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade mit dem Hebel gejagt werde. Hier. Ich guck mal, wie freundlich sie sind. Ich befürchte, dass mein Auto jetzt hoch gejagt wird. Ja, die sind gerade untereinander dran, glaube ich. Also bisher haben sie mir jetzt gerade noch nichts getan. Ne, der kommt rüber. Alles gut. Jetzt gerade nur ein Event am Laufen. Es ist keine kompatible Gitar-Sitzung mit Freunden gefunden worden. Ich habe hier eine Lobby, wo quasi gerade so ein bisschen, ja, wo die Wind gerade läuft. Das ist gar nicht einfach. Deineunft wäre genau wichtig. Ich habe hier eine Bühne geünt. Das ist gar nicht so schlecht. Ich aber auch nur ein paar Dinge zu finden. Schönen Siehst du die Wind例えば schon mal besser? Das ist gar nicht so schlecht. Nicht nur ein Mal. Da geht es nicht gut. Ich habe hier ein paar Jahre. Geheuert, was ich kenne die Wind hätte bevor. Ich habe mich auf einmal. Ach, die sind ja welche VIP-Missionen am machen. Nee, dann halte ich mich da auch raus. Das lasse ich gerade sein. Das brauche ich da mich nicht einzumischen. Das gibt es jetzt selber nur auf die Fresse. Deine Sitzung ist gegenwärtig voll mit anderen Spielern. Okay, dann komme ich noch mal an. Da krieg ich noch mal eine neue. Ja, es stand nur event. Ich kann sagen, dass es mehr sind, aber dass die nur so viel am Event dabei sind. Letztens haben Enrico und ich, glaube ich, eine gute halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gebraucht, was für eine kompatierte... Boah, an dem Freitag, ja. Das war schlimm. 26. Gut rüber, kommen Sie mir, hier ist nur einer. Sehr gut. Das erste Wort, was ich heute gehört habe von Ihnen. Hier so, ja. Baby ist heute ein bisschen sehr abwesend. Völlig schade, aber gut. Ich versuche nur, meine Nerven zusammen zu behalten. Ja, komm, jetzt sind wir alle zusammen. Jetzt haben wir aber ohne Spaß. Was fällt schon wieder? Bei dir ist noch einer, ne? Was ist denn? Ja. Bei dritten. Gute Freude, nein. Schluck dich. Na dann, auf drüber. Gute Freude. Schau. Ja. Schau. Ja. Schau. Ja. Ja. Schau. Na dann, auf drüber. Ja, da ist nur einer drin, aber wie gesagt, hier müssen wir ja nicht unbedingt jetzt stresst, wie gesagt. Wo treffen wir uns? Na dann, wenn uns Yvonne zu ihrer Dings einlädt. Brauchst du nicht, wir können davon nachtschalten. Achso, die Mission meinst du? Ja. Ja, 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 alles gut. Ich habe das nur ein bisschen anders verstanden. Ich habe verstanden zu ihrer Lobby. Sonst muss er erst hier aufmachen und dann kann sie eh, sie kann ja die Dings starten, die Vorbereitung. Seien sie hat schon vorbereitet, ich weiß nicht, wie weit du bist bei deinen Sachen. Ich weiß selber gerade gar nicht mehr, wie lange das her ist, dass wir das, wenn wir da aufgehört haben. Ich glaube, das haben wir damals aufgehört. Ne, was muss man denn da holen? Irgendwelche Sicherheitspässe oder so muss man glaube ich schon. Das hat sich, glaube ich, damals haben wir aufgehört, wenn man auch ein bisschen so, weil das ein bisschen eskaliert ist, also richtig eskaliert ist. Oh, wir haben eine Karre zum Ausliefern, yay. Sogar zwei. Na dann. Können wir eine Karre zum Ausliefern? Ich muss uns dabei erst mal zu seiner Firma reinladen, ne? Ja, ich bin ja schon dabei. Oh, mach mal hin. 140. Oh, Mensch. Jetzt sind wir abgehauen, oder? Keine Ahnung. Der hat das,�vide, also不用ste wenn man so gesehen hat. Nein, das hat nicht überall drin. Es ist gut, wie gesagt. Tja, nichts dressing. Naja, ich hab nicht unbedingt. warum das mal diese karre so einmal kurz drüber an die autoweggstadt von hier und dann geht es okay was willst du denn haben schattensilber strahlchenbrände ist das vorgegeben was der haben wir als farben oder kannst du sagen was die hässlichkeit vorgegeben okay also dann kriegst du das meiste geld also kannst du dich machen wie du willst aber dann sieht dein geld und bezahlt der das geld auch mit zeit der die kosten dafür die dota reinsteckt die kriegst du zwar erstattet und ich dann trotzdem noch ein bonus ja schon klar ich dachte mir du kannst jetzt einfach aus werden dann irgendwie dem richtig farben mache ich für die beste karriere dann mit pink und keine ahnung was nur klar kannst du machen das sind sie hier für einer so am kippen er ist auch loswertig über ausliefern machen wir das doch jetzt aus wie auf dem schiff fällt ich könnte die umbringen wie soll ich wieder mit der karte unterwegs oder was ja ich war noch in der werkstatt ich wusste noch gar nicht was losgeht ja es wäre schön gewesen einfach gewartet hätte das meine ich genau das nicht immer einfach abhauen und irgendwas machen sondern zusammen bleiben weil das problem ist einfach dass ich jetzt möchte auf youtube nichts gezeigt bekommen sondern nur wenn wir jetzt hier stehen was hat er sich denn für ein auto gekauft marcus marcus geht voll auf oldtimer wir sind selbst von wagen ja nee ich meine mit dem er gerade gefahren hat also ja klar das wird einer das ist meiner nach dem foto schulding ich bin jetzt angefangen mit dem editor zu arbeiten um schmidt louis ist ja auch kollege das ist es ist ein freund von mir mit dem alles mal gespielt das fahrzeug war beschädigt das fahrzeug war beschädigt aha das meine reihe einstellen so irgendwo da drüben ja also wenn du da mit nach der spur stehst dann fahren die dir halt rein das fahrzeug ist eigentlich gar nicht parken parkverbot und so guck mal meine auto wird jetzt fotografiert von dem weißt du was witzig ist rockstar hat in den mpc spion implantiert die wenn die dein auto fotografieren und das ist gemottet oder geklitscht dann wird das an rockstar geschickt das wird überprüft und dann kannst du gesperrt werden ja gut das habe ich mitbekommen dass die da wieder sind aber die karre ist ehrlich geworden und getunt von daher ja ist nur eine witzige sache also jemanden sie ist der mpc umbringt weil er sein fahrer gekauft wird hat dann weißt du ganz genau sein wagen ist gemottet oder geklitscht ja ich hatte gesehen dass sie da ein bisschen hinterher sind oder man macht so eine scheiße einfach nicht das wäre auch eine möglichkeit meiner ist ja ich glaube ich habe sogar video da meine auto sind auch alle ehrlich erspielt also ich mach so einen scheiß ich habe ich halte auch nichts von diesen ganzen anderen accounts wo dann kleinen kindern irgendwie das geld abgezockt wird ja ich hatte letztens auch sein der wollte mir für 150 millionen verkaufen auf level 500 alles fertig über 10 100 millionen dollar drauf und so einst das will ich damit leon markus trägt die leute auf dem boden ach wir kriegen ja immer mehr autos warum auch immer jetzt die scheiß kopf auf wir schießen geben wir laufen sagt ich hatte eine wache auf dem wagen brauche ich hatte ja unten ich muss mal hier weg sonst ist meine karte gleich weg kannst du auch einfach einladen wo der fack gut gesagt sage ich nicht mehr reinkommen wie Oh, ich bin klar. weg und wieder mal die polizei die ganz genau weiß wo ich mich versteckt hatte ja ich habe ich habe mich in u-mannschaft versteckt da kam sogar nicht wirklich rein sollte bereit so konnte ich komme zurück ich bin sofort da aber mir klar dass der scheiß pc wie in die karre knallt müssen jetzt vorbereiten oder haben wir schon auf müssen auch diese ganzen autos ausstehen gut theoretisch bin ich bereit ich lasse einfach das personal mal fahren bitteschön